Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren USB-Stick formatieren könnt. Als erstes steckt ihr den USB-Stick in den Rechner rein. So, dann wartet ihr ein bisschen. So, dann seht ihr hier oben euren Wechseldatenträger. Bei mir ist es jetzt L. Dann schließt ihr das. Danach geht ihr auf Start, Computer, zu eurem Wechseldatenträger. Macht Rechtsklick drauf, dann auf Formatieren. Diese Einstellungen da oben könnt ihr lassen. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr es schnell oder langsam formatieren wollt. Wenn ihr es langsam formatieren wollt, drückt einfach auf Starten. Wenn ihr schnell wollt, müsst ihr hier auf Schnellformatierung draufklicken. Und dann auf Starten. Und dann OK. Na, wartet ihr. So, dann steht hier Formatieren abgeschlossen. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Und dann kommt es zusammen. Vielen Dank.